Und damit herzlich willkommen zurück zu MMM-Minecraft-Megamein. Ich hab den Namen nicht mehr auf die Schüssel gekriegt. Ich hab den ersten Part heute hochgeladen. Und da ist ja immer noch. Und, äh, Kishi ist immer noch nicht zu Hause. Und, ja, Luciana Everdeen... Jenny haben wir dieses Mal gar nicht gefragt. Hä? Jenny haben wir dieses Mal gar nicht gefragt. Karotten sind fertig. Äh, ne, die musste irgendwie aufs Ausdruck und sie antwortet auch nicht. Ich hab sie gefragt, ob sie Bock auf Minecraft heute hat und sie hat nicht geantwortet. Okay. Ah, ja, ich hab noch kurz die, ähm, Schweine gefüttert und ein bisschen, äh, drei Stück hab ich getötet. Scheiße, Mann, ich bin auf die, ich bin auf die eine Kürbispflanze gesprochen. Aber ich hab da zwei Kürbiskerne wiederbekommen von. Alter, der Kakao wächst richtig schnell. Kann doch irgendwas Sinnvolles aus Kakaobohnen machen, außer Kekse? Kekse. Außer Kekse. Cookie! Was brauchen wir für Cookies alles? Weizen, Zucker und... Ich weiß gar nicht, ob wir Zucker brauchen dafür. Wir ersetzen Kekse nur immer mit Zucker. Zucker haben wir ja auch todesviel. Wir haben Zuckerrohr ein bisschen. Ja. Was soll ich meine erste Schaufelsmaß? Ich sammle grad wieder Clay für gewisse Bauprojekte. Einmal das Hühnergehecke rein und ein paar Eier holen. Acht Eier direkt. Hühner müssen wir eigentlich nicht schlachten, aber ich hab also, ich lass sie einfach mal da. So, dann werde ich jetzt erstmal... Den Eimer. Jakob ist ein Diamantschwert, der erstmal übertreibt. Ich hab noch ein Steinschwert, er hat ein Diamantschwert. Ich hab ein Eisenschwert, du hast ein Steinschwert. Ich hab mir noch kein Eisenschwert gebaut. So, wo baue ich denn das hier mal an? Hast du ein Problem mit, wenn ich vor unserem Lagerhaus Zuckerrohr anbaue? Machst du so, dass du passt? Boah, ich finde das sieht dann gar nicht so schlecht aus, das kann man doch machen. Mach's einfach. Okay, danke. Wenn's mir nicht gefällt, reiß ich's weg. Machst du eh nicht. Ich mach ich denn am besten. Am besten so viel. Ja, das kann man machen. Joah. Wo bist du eigentlich gerade? Ich hab gerade Lehm. Achso, bist du der da draus mit dem Boot? Boot. Der hier? Ja. Ja. Wir haben keine Bohrinseln für Öl, wir haben Bohrinseln für Clay. Und die Bohrinseln heißt Dr. Fisch. Dr. Fisch, die vierte bitte. Die vierte? Ich weiß nicht wieviel der jetzt ist, ich guck manchmal auf der Dynmed nach, wo noch Lehmquellen sind. Lehmquellen sind beschränkt, so wie Ergel. Da können wir nix anbauen. Ich hab nicht verfickelt, deine Mutter, diese Hurentochter. Ne, ne, ne. Ich weiß nicht, wovon du redest. Geht dich auch gar nichts an. Boah, ich hab richtig Bock auf Musik gekriegt. Ah, fuck, ihr trinkt schon wieder. Ich trinke ruhig jetzt dauernd. Ich hätte voll Bock auf so'n asiatischer Stadt. Ja, küsst doch. Nein, meins. Was? So'n asiatischer Stadt wär ganz cool. Was hast du mir gerade hingeschwissen? Ein Eisenschwert, oder was? Ja, ein Eisenschwert, dankeschön. Ich hab zwar 10 Diamanten dabei von dir und könnt mir ein Diamantschwert bauen. Ich baue einfach nichts aus Diamanten. Nein. Ja. Weil die mir viel zu wertvoll sind. Was zu essen? Aus dem Weg, Schafi. Und nun nur Melonen. Tschüss, Schafi. Und nun nur Melonen. Es wird übrigens jetzt Nacht. Es wird jetzt schon Nacht? Alle 8 Minuten. Mach dir doch Schuhe. Hehehehe. Leiche Kirchen. Kommt ihr jetzt langsam wieder her? Pennen gehen? Ja, ich komme. Ich bin gerade auf dem Rückweg. Äh, wo ist mein Boot? Da ist mein Boot. Zum Glück kann ich den Chat nochmal auf der Dynamic Map lesen von Georg. Ich lese alles doppelt. Alter, der Kakao wächst viel zu schnell. Wieso? Das ist einfach todesnervig. Achja. Wir brauchen ganz dringend einen Steg, ey. Ja, mach halt einen. Kommt demnächst. Hä? Moment mal. Ja, stimmt. Wir haben ja noch ein bisschen so. Dann... Alter, ich hab schon wieder Hunger. Ich hab gerade erst gegessen. Ich bin nicht gerannt. Ich bin nicht gerannt. Ich... Ich scheiß einfach hauptberuflich Clay. So wie wir hauptberuflich... Ähm, wie baut man, äh, Verzauberungstisch? Obsidian 2, Holz und Diamanten. Moment mal. Wo ist, äh... Lass mich. Ich such mal nach, äh... Äh, ne unendliche Lavaquellen kann man nicht machen, oder? Nein. Das ist doof. Marktforscher wissen. Hey, Freddy, steigt nicht drauf ein. Äh, ihr würdet, äh, Lefischi vermissen. Ne, Lefischi nicht. Klar. Ey, ich geh jetzt mal zum, äh... Nächsten... Mh... Lava-Pool. Komm nach unten, Freddy. Gibst du auch Lava? Er hat wahrscheinlich Obsidian gefunden und du hast eine Diamantspitzel. Das kann sein. Aber es tut mir leid, dass ich lebe. Hier ist Lava und Wasser. Ja. Und Pisse? Gibst du auch Pisse? Weißt du, Stereo? Ich mag den Geschmack. Genau. Nehmen wir das Eis. Dann können wir ja ein bisschen... Können wir uns auch ein Portal bauen, ne? Wollen wir uns hinbauen? Ähm... In die Mine. Ja? Es macht immer so nervige Geräusche am Haus, das hasse ich. Was hast du noch nicht gefunden? Pisse. Äh, hat jemand was zu essen mit? Ja, und 64 Melonen. Die brauche ich auch. Ich habe erstmal schon sämtlichen Clay aus dem ganzen See abgegraben. Nur für Ziegelsteine. Ich finde das neue... Also ich weiß nicht, wie neu das von Minecraft ist. Das dann so unten alles dunkel ist und so Partikel durch die Luft liegen. Das finde ich voll geil eigentlich. Das ist mir einfach mal aufgefallen, als ich eine neue Version gespielt habe. Ich weiß nicht genau, was du meinst. Ähm, wenn man ganz tief... Also wenn man fast beim Bedrock ist, dann kommt das. Bist doch schon ewig so. Nein. Boah, lag der Server gerade, ey. Ich war gerade ein bisschen was ab. Jörg, bist du gerade in den neuen Junk gegangen zufällig? Und das macht Jörg den ganzen Tag, was ich gerade mache. Und dafür kriegt er sein Minecraft-Geld von uns. Welche Höhle? Und die er, die er mit uns zusammen erkunden wollte wahrscheinlich. Aber, wieso wollten wir die Höhle erkunden? Ich dachte, wir wollen das mal weitermachen. Ja, genau! Ich bin kilometerweit von der Seerose entfernt und mein Boot geht kaputt. Fick dich. Kann ich zurück schwimmen, ey. Geht doch an Land. Schwimmen tut man extrem langs. Oh, hier sind schöne Blumen. Danke, Boot. Man kann übrigens, äh, nicht so wirklich, äh, das hier zu obsidian machen. Warum? Weil Jörg das ganze Wasser abbaut und hier sind keine Wasserquellen, die ich mitnehmen kann. Doch da unten, Moment. Mach mich überlad, was lasst wieder. So, jetzt kann ich da... Dupti 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 dupti... Das war nur Covelstone? Okay, das hat... Du musst es aufstehen, das la- auf die La- auf die La- auf... Ja, das weiß ich. Ich habe auch einen, äh, Obsidian bekommen. Gut. Das dauert richtig lang, Obsidian abzubauen, oder? Ja. weiß nicht genau wie lange ich gucke ja minecraft let's place nur mit mods und da geht das schneller naja wenn du effizienz auf eine spitzacke hast effizienz 5 oder so dann macht das abgebaut ich habe übrigens noch emeralds gefunden ich wollte gerade sagen ich kann den ofen nicht öffnen also wir haben eine ziemlich gute höhle hier hauptsache ihr packt erstmal todes viel kohle in jeden ofen ich habe einfach die ganze kohle die warten halbiert und reingepackt ja ich packe sie gerade auseinander und pack sie so rein dass sie immer genau einen 64er stack braten vor allem die die aus den anderen städten so zwei bis drei leute gehen bei denen immer meinen und wir haben gerade mal zwei bis drei leute ja das ist ein bisschen übertrieben der rest ist in der kiste welcher rest von der kohle aber die kiste wahrscheinlich offensteht ohne scharf ist da ja da ist relativ viel kohle drin und charcoal von mir gut ich kann jetzt warten dass der clay durchgebraten ist in der zeit praktisch noch mal anderen clay weg wo hatten wir gleich hin gepackt baumaterial ein bisschen mehr jetzt gesammelt scheiße scheiße oh mein gott oh mein gott während der zeit fange ich schon mal an habe ich holztreppen auch nicht dabei ich hab auch mal alle iron nuggets weg und so das dahin das dahin kannst du mir was zuerst in die mine bringen kann ich tun ja gerne was brauchst du denn im besten schweinefleisch also ich hab jetzt vier denksteck also bring mal am besten mal fünf oder fleisch scheiße mal die vier fleisch mit er bringt mir bitte ein laber zum vernichten mit hoch ok ist die mühle tief ja hier sind die übrigens was jörg alles angerichtet hat auf diesem server schon wie ihm lag das also weil er einfach alles abbaut ist das ding tief ich mein alter hier sind einfach so mal 15 eilen keine ahnung wie viel eisen ziemlich viel aus eisen zusammen wo seid ihr unten an der also den doppelgang und dann nach links glaube ich ich weiß aber nicht wo die nächste lava ist kannst du bitte auf mich zu schlagen du sagst du weißt nicht wo die nächste lava ist ja warum schlägst du mich dann da finde ich es auch nicht raus da unter unter dem block hier das ist fließen die kann ich nicht nehmen kannst du runter gehen ja gerne ich habe auch schon ein lapis hier abgebaut ja wir haben auch oben schon was dankeschön hast du noch ein eimer hier unten? ja noch zwei stück alles wollen wir die ersten redstone fallen schon bauen? mh noch nicht das ist ja immer mehr ey immer immer mehr ich bin multimillionär hier was? ja jetzt können wir es hier nicht veröffentlichen copyright jetzt bori tschuldigung dass ich lebe jetzt wird shindy dich verklagen und bushido auch shindy weil es ja auch von shindy kommt was? shindy weil es ja auch von shindy kommt aber bushido hat die musik weil er herausgebracht hat weil es sein level ist? hä bushido hat das auch gesagt oder nicht? ja keine ahnung ich glaube es haben beide mal gesagt ok bei shindy habe ich noch nie gehört ich bin mir nicht sicher also haben die hast du nicht auf immer mehr gemacht? ach keine ahnung klar vielleicht verwechsel ich doch gerade was äh wo pack ich denn das lava ding mal hin? welches? ich baue einen eisenzaunerz erstmal was baust du? einen eisenzaun wie tief muss lava sein damit ihr holz nicht mehr verbrennt? weiss ich nicht lass das lieber eine schmiede scheiße 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 ich bin grad fast verbrannt weil ich noch ein stück obsidian retten wollte ich weiß das ist nicht meine beste idee es tut mir leid dass ich lebe aber es ist passiert ich pack das jetzt mal sehr tief hier hin äh lass doch einfach äh als nächstes eine schmiede bauen aus äh cleanstone aber ich hab sie jetzt ein bisschen weiter nach unten gepackt ich dürfte jetzt eigentlich nicht mehr abbrennen jetzt äh 1 2 3 4 oder 5 blöcke unter dem holz wie viel braucht man dann mal für obsidian äh für ein nether portal? äh 10 3 6 7 8 10 ja 3 hoch 6 ja 10 und ich hab 4 ressourcen warte mal ja ja jörg hast du irgendwo ein bisschen lava? weiss noch wo was ist vielleicht? das ist doof wir haben jetzt 16 eisenzäune übrigens aka 15 was willst du machen mit den eisenzäunen? ein itemverbrenner warum mit zäune? ja das klappt nicht ähm weil man sich da drauf stellen kann und nicht runterfällt und trotzdem den ding ins reinwerfen kann wir haben jetzt sozusagen Müllschacht ok kannst du dir mal angucken du bist direkt bei äh in der schmiede wenn du reinkommst rechts wir haben eine schmiede schon? entschuldigung wir nehmen den ding ins in der im lagerhaus wo wollten wir die schmiede hin packen? die wollten wir oben neben die mine packen ne? wir hatten noch gar keine position dafür ausgearbeitet aber neben der mine passt gut finde ich also aber die sollten wir mit cleanstone bauen weil es besser aussieht finde ich ja auf jeden fall cleanstone als fenstereisen was? cleanstone als fenstereisen ne ich würd sagen äh wir können auch fenstereisen einbauen aber im äh lavabereich würde ich dann äh zäune bauen ja auf jeden fall wirst du brichst gleich nachts brickstone ne brickstone finde ich nicht so also äh stone stone bricks könnten wir machen aber nicht das normale ähm äh die man aus clay macht wirst du dich verarschen? ja er meint ja stone bricks ja dass es ja okay ist bitte auch in meiner fresse rumzulaufen jetzt komm es wird nacht ähm kannst du ja hier mal kurz reingucken hier ist das der alten, der alten Verwerter sag ich jetzt mal Verwerter du hast das Schichtshof gelassen einmal sorry dass ich lebe aber du bist nach mir rein äh nein ich bin vor dir rein schieb das Schaf da jetzt äh das Schweinchen ins kennst du das wenn die Scheiße hier einfach nicht drauf reagieren? hallo hier hat mir verdammte Karotte ok lass den töte das Schwein welches Schwein? weiss ich nicht wo du redest was für ein Schwein? gut äh ist Jörg noch in der Miene oder pennt er schon? guck mal ganz kurz hier rein er ist nicht im Haus da du kannst dich reinfallen kannst deine Items reinwerfen guck hier so musst du in die Ecke werfen ok cool dann fällt es runter hab ich noch Crab dabei? nein hab ich nicht ich bin unterwegs ok komm Freddy wir gehen schon mal ins Haus vor dir als gelösen Krepatz komm zombie ich weiss nicht wo ich auch nicht hör ich nur hört sich nur unter unserem Haus an ja kann sein kannst du schlafen? ja nein kann ich nicht sind wir uns an in mir vielleicht warte ich weiß wo auf dem Dachboden? ja dann lebt ihr beide nicht hoch gebt mir mal ne Fackel Freddy gebt mir mal ne Fackel danke ja nimm halt nicht mein du Assi warum dürfen wir dabei nicht hoch gehen? dürft ihr nicht warum? ist da ein Gärtnergeheimnis? da ist ein Gärtnergold mach ich da ist Gärtnergold da hab ich mein ganzes Gärtnergold versteckt den dürft ihr wirklich nicht hoch warum? nur wir können schlafen dürft ihr einfach nicht ich weiß ich hab auch grad den den Zombie getötet das hat ja so eine geheime Kiste ne eine Kiste hab ich da oben wirklich nicht was hast du denn da sonst? geht dich nichts an wieso? ich guck einfach nach nein guckst du nicht wieso? lass es bitte einfach siehst du wenn wir irgendwann mal das Haus abreißen wir werden es nie abreißen verplan jedes Mal da vorne ist ein Creeper Hilfe wo? bei der Mine ich komm kurz hin warte komm die Bums nochmal eben kurz wo ist denn der? weiß ich nicht ey du Arschlack ach der ist ein Wasser er ist tot fertig ey danke wir brauchen drin Kühe alter wieso? ich kühe liebe dann hol welche ran ich weiß nicht mal wo die gibt ich weiß nicht mal wo die gibt die waren letztes mal da wo wir hergekommen sind da waren noch ganz viele ich muss jetzt noch ganz kurz warten bis die ganzen Sachen durchgebrannt sind nein Jörg da ist alles voll ich hab 39 Eisen mit wofür brauchst du denn den Platz in den Öfen? hä was warum hast du die ganze Scheiß Kohle da rausgenommen? weil man sie wieder reinlegen kann ja und warum packst du sie überhaupt raus? soll ich dir mal was sagen? was? darum ach manche Leute ich hab grad noch eine Weltsext aufgehoben cool rotenflash brauchen wir wir brauchen alles dafür brauchen wir rotenflash dafür ich verstehe nur nicht warum man sich daraus kein Leder brennen kann wo soll ich Dengsel packen und Obsidian zu ressourcen? ja hat irgendjemand von euch Bricks gerade rausgenommen? Jörg hast du Bricks dabei? ja ist aber mal am Ersten wieso hast du die ganze Kohle rausgenommen? weiß ich nicht Jörg hast du Bricks dabei? weil es immer noch nicht Ticket ist ja aber bei Diggins ging es doch auch Tt9 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 da sind auch Mods erlaubt ja so ein gutes Hörer auf jeden Fall ähm ok gut dann sehen wir uns demnächst wieder tschüss tschau tschau